Heute war ein ganz besonderer Tag. Weißt du was? Wir haben die Leute gefragt, welche Sprache spricht man in Deutschland. Also wir haben verschiedene Kulturen, verschiedene Leute, sie haben Antworten. Und dann gucken und dann kommen wir zurück. Hi, guten Tag! Hi! So, wie heißt du denn? Celine. Und? Ich heiße Nina. Nina? Ja. So, Celine, ich habe zwei Fragen. Ja? Okay. Wir fangen an mit Celine, ne? Celine und Nina. So, Celine, welche Sprache spricht man in Deutschland? Deutsch. Deutsche Sprache. Richtig! Und? Welche Sprache spricht man in Deutschland? Deutsch. Deutsch. Frankreich? Französisch. Angola? Portugiesisch? Jawohl, wir haben gewonnen! Das ist gut, danke. Ich danke mich und schönen Tag noch. Auf Wiedersehen! Wir waren hier! Hi! How are you? Good! Und? So, das ist Myo Chinode Bundes TV. Ich werde dir zwei Fragen stellen. Welche Sprache spricht man in Deutschland? German. German. Danke. Und welche Sprache spricht man in Kongo? In Kongo, sie spricht französisch, Swahili, Lingala. Ja! Du hast es gut! Das ist gut! Vielen Dank! Hi! Hi! How are you? Good. Where you come from? Kenia. Kenia? Yeah! So, I'm gonna ask you two Fragen. Which language do you speak in Angola? Portuguese. Yes. And in Kongo? French. Yeah! You got it! Thank you so much. I'll see you later, girl. Take care. Bye! How are you? Hi! So, what's your name? My name is Kaya. Where you come from? I'm from the USA. USA! So, I have two questions to ask for you. Okay. Which language do you speak in German? I mostly speak English. I live in Berlin. So, a lot of people speak. Hello! How are you? How are you? I'm good. So, who are you? Can I ask you? I'm Leonie. But I'm calling me Leonie. Oh, Leonie. So, Leonie, we have two questions. So, are you German? Which language do you speak in German? Yes, I'm German. And you speak in German German. Yes. And in Frankreich? Francais. Yes, Francais. Angola. Portuguese? Oh, you said it! That's great! Thank you, Leonie. Thank you. Good morning. Until next time. Yes. Thank you. Hello, brother. How are you? It's good. Good. Thank you. I have a question for you. Which language do you speak in German? German. Yes. And in Frankreich? Yes. And in French, please. And in Cameroon? In Cameroon? Yes. We speak French. French? English and other languages. Wonderful. That I wanted to know. And do you also know Angola and Congo? No, no, no. No? Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. How are you? Good. Thank you. Where are you from? Kurdistan. Kurdistan. So, which language do you speak in Kurdistan? Kurdish. Kurdish. Which language do you speak in Angola? Portuguese. Yes. And Congo? French. Wow. Wonderful, lady. Wow. Thank you. Hi. How are you? Good. Good. Thank you. I have a question for you. Yes. Which language do you speak in Turkey? Turkish. Turkish. And Germany? German. Frankreich? French. Angola? Chinese? No. Chinese? Yes. I can't stop it. Yes. No harm. Yes. I can't stop it at all. My channel is RIMA. Korean. Whatever you can do, everything. Instagram, TikTok, everywhere. Subscribe, like, follow us. Yes. And do not forget, Mayu Geno, theBundesTV to comment, follow us and Like us. wieder zurück da und haben sie gehört verschiedene leute sie haben gesagt andere sagen die sprache deutsche sprache andere sie haben gesagt englisch und das war so lustig aber das macht ein bisschen spaß wenn man hört dass diese sachen wo du wohnst du kennst nicht die sprache oder du sprichst nicht die sprache das wir brauchen integration sie mussten integriert das werde toll sie mussten sprach kennen sie mussten die der viele kulturen kennenlernen das ist macht sehr viel spaß und du kannst kommuniziert mit den leuten deswegen wir sind mayo gino de bundes tv war da und die leute zu fragen und ein bisschen spaß zu machen danke dann wir sehen uns abonniere zu unserem kanal nicht vergessen abonniere zu unserem kanal mayo gino de bundes tv